Am 7. Dezember dieses Jahres hat einer der größten Antiterroreinsätze der letzten Jahre stattgefunden. Dieser Einsatz hat gezeigt, dass dieser Staat nicht blind ist, nicht auf dem linken, nicht auf dem rechten Auge. Dieser Einsatz zeigt, diese Demokratie ist wehrhaft. Wir können stolz auf unsere Sicherheitsbehörden sein. Es ist ja im Zusammenhang mit diesem Einsatz versucht worden, ihn ins Lächerliche zu ziehen. Ich muss sagen, das ist absurd und frei von jeder Sachkenntnis. Ich will Ihnen mal berichten, welcher Gefahr sich unsere Polizistinnen und Polizisten aussetzen, wenn sie gegen radikalisierte Reichsbürger vorgehen, die Zugang zu Waffen haben. Die Geschichte von Dirk E., der zu einem Objekt ging. Dort hatten wir es mit Wolfgang P. zu tun, ein radikalisierter Reichsbürger, der Zugang zu Waffen hatte. Und als Dirk E. vor der Tür stand, hat Wolfgang P. das Feuer eröffnet. Elf Schüsse hat er aufgegeben. Und dieser Polizist ist im Einsatz nicht nur verletzt worden, er ist wenige Stunden später im Alter von 32 Jahren gestorben.